Schnappt euch ne alte Gummibärchenbox, auf die ihr euch schon mal drauf gesetzt habt. Jetzt schneidet ihr professionell ein Loch rein, um das gute alte Lautsprechergitter vom Music Man einzusetzen. Was kaputt geht, kann einfach mit farbigem Klebeband gefixt werden. Das Lautsprechergitter wird von innen befestigt, sodass man den Klebestreifen nicht sieht. Jetzt lötet ihr am Lautsprecher, wenn vorhanden, ne LED an und im besten Falle auch noch ein Kabel. Jetzt nur noch alles zusammenbauen und fertig ist euer Speaker mit Partybeleuchtung. Das ist nice.